guten morgen leute zu voraussichtlich tag 16 wenn nicht verbessert mich in den kommentaren ich bin nicht mehr so sicher so wir sind fertig mit unserem gedöse ich will gar nicht sagen wie viel wir haben weil es mir feindlich ist nein das passt schon gestern war es ja auch im nachhinein eigentlich genau richtig dass wir so spät los sind weil es zeitlich einfach perfekt aufgegangen ist dann heute haben wir wieder ein ähnliches programm ein ähnlich volles programm werden nicht sogar noch ein volleres programm wir werden heute die fünf sehen hier in der gegend anschauen mein kollege hat schon die karte vorbereitet der wird euch zeigen wo wir lang laufen werden wir laufen jetzt von hier bis darunter ungefähr zehn kilometer dann schauen wir uns die sehen an also das heißt wenn ihr auf der five lakes und dann laufen wir da irgendwie wieder zurück also 25 kilometer würde ich sagen heute war wir sogar nur kurze stücke wo wir endlich laufen dann wenn wir es gut machen dann können wir relativ verschiedene wege und gestern sind wir diese dieses ganze gedöns ja eigentlich hauptsächlich einfach fast alles so mehr oder weniger abgelaufen also das haben wir eigentlich alles hier so gesehen im prinzip heute eben diese ecke hier morgen wird es dann diese ecke hier geben hier ist noch mal eine tolle schlucht und dann habe ich hier eigentlich alles außen rum abgedeckt was wir sind jetzt schon mitten auf unserer wanderung du musstest einfach mal aufbrechen ja keine ahnung wir haben noch nicht mal ein kilometer gemacht also noch ziemlich am anfang aber heute wird sehr naturlastig wieder finde ich auch echt cool weil ich denke die nächsten wochen wird da nicht mehr viel kommen das wird hier so hauptsächlich unser naturbereich sein und hier schaut schon echt wieder schön aus wenn man diesen fluss hier anschaut diesen reißenden fluss fast vor allem diesen baum da drin krass also sieht schon schön aus vor allem ich finde hier ist faszinierend ich meine in deutschland gibt es teilweise relativ ähnliches szenarien aber hier hast du wirklich weit und breit kein einziges haus auch gestern es ist einfach kein haus weit und breit sind einfach nur bäume in deutschland her dann irgendwo hier willst du dann wieder häuser sehen oder dörfer oder so hier wirklich natur 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 das ist einfach so unbelassen das ist krass so so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.